Aufstehen, fünf und nach halb sieben. Morgenroutine? Wolltest du. Moin. Übernimmst du ab jetzt? Ich mach mich fertig. Ich müsste so los. Weil das am frühen Morgen ist. Okay, was geht ab, Leute? Ich bin jetzt aufgestanden. Ja, auf jeden Fall. Es ist gerade... Es ist gerade... 20 vor sieben. Ich fühle mich noch, als wäre ich tot. Ich bin noch tot, gerade noch eigentlich noch. Jetzt werde ich erstmal aber auf... Okay, ich geh einfach... Na? Guten Morgen. Ja, okay, Mama macht hier gerade ihr Bett. Das ist mein Bett oder unser Bett. Papa? Na? Okay, was Papa macht. Der macht gar nichts. Wie geht's aus, Mann? Als erstes werde ich erstmal meine Zähne putzen gehen. Also bevor ich irgendwas mache, gehe ich immer meine Zähne putzen. Ja, das ist gut. Jetzt haben wir erstmal die Zähne geputzt. Okay, ja gut. Danke, danke. So, jetzt war ich halt im Ballzimmer, weil ich habe meine Haare erstmal nass... Äh, im Ballzimmer habe ich erstmal meine Haare nass gemacht. Dann habe ich da meine Zähne geputzt und ich war auf Toilette. Jetzt brauche ich aber erstmal irgendwas zum Anziehen. Ja, also einfach erstmal Sacken jetzt hier, so. Ja, da brauche ich irgendwie ein T-Shirt. Nehme ich das hier. Ja, Hose brauche ich. Nehme ich, keine Ahnung, die hier. Ja, passt. Und, ähm, ja, Pullover. Äh, achso, ja, Gürtel brauche ich. Ja, Pullover nehme ich. Den hier einfach. Da ziehe ich mich jetzt erstmal an. Also dann, wenn ich hiermit fertig bin, dann, also ich bin jetzt angezogen so, dann gucke ich jetzt, äh, na, keine Ahnung, ein Parfüm oder so. Das Ding ist, die weiße Parfüm sind halt nicht so für die Schule, weil die einfach, keine Ahnung, die sind ja, also, ja. So, dann nehme ich aber einfach heute mal safe, stronger with you. Let's go. Nice. So, dann müsste ich jetzt auch jetzt meine Haare noch machen. Ähm, obwohl die heute eigentlich schon ziemlich gemacht sind, so. Die sind, also, keine Ahnung. Da habe ich immer so ein, ähm, Volumenpulver für. Äh, das ist ganz gut eigentlich. Dann nimmt man dieses Volumenpulver. Das machen wir einfach in die Haare rein. So. Mach man, also verwischt man die so. Ja, und dann kommen da halt so, so Locken, welligartig raus. Also die kommen dann so, keine Ahnung, also ist eigentlich schon fertig. Also, dann macht ihr einfach noch ein bisschen Haarspray so rein. Und so. Ja, und dann dürft ihr es auch eigentlich halten. Ähm, oh, fuck. Ey, ich muss meinen, ich muss meinen Rucksack noch packen. Shit. Ja, okay. Dann muss ich erstmal noch, ähm, gucken, was für Fächer ich heute habe. Ja, okay, ich habe heute Bio, Geo, Latein, Chemie und Deutsch. Äh, in Bio habe ich einen Vortrag heute. Ja, wird ein bisschen gefreestylt. Ähm, kann ich meinen Text nicht so gut, aber das wird schon klappen irgendwie. Sag ich mal so. Dann, äh, was sagen wir mal? Bio, Geo, Latein, Chemie, Deutsch. Ja, okay, dann brauche ich also jetzt hier erstmal, äh, einen College-Block brauche ich. Jetzt kommen meine Pferdtasche auch noch. Und dann muss ich jetzt mal alles in den Rucksack reinpacken. So, ich wäre jetzt hier eigentlich fertig, aber ich werde jetzt noch ein bisschen, ähm, für Bio lernen, weil sonst kracht das richtig gleich bei mir. Und danach geht es einmal zu Lidl, weil ich habe mir Bock noch von der Schule irgendwie was zu kaufen. Und dann sehen wir uns erstmal gleich bei Lidl wieder. Ja, wie sind wir jetzt losgefahren? Das ist 20, äh, 17 nach. Ach, normalerweise fahren wir immer so, äh, 5,5 oder so los. Aber ich will heute noch zu Lidl, mir was zu holen halt. Und, ja. Du musst, nee, du musst das erst mal ne? Ja, ich muss das erst mal. Let's go. Okay, wir sind bei Lidl angekommen. Machen wir das die Fallschubteilung irgendwie? Ja, bitte, ja. Boah, gucken, was ich jetzt mal mir so holen kann jetzt. Erstmal irgendwas zuerst. Und ich möchte noch Kaugelmistanen und einen weißen Red Bull. Trinken brauche ich noch, da ist immer stilles Wasser am besten. Oh mein Gott, das fällt hier alles um. Let's go. Trinken. Und ein weiße Red Bull darf nicht fehlen. Hallo. Let's go. So, essen und trinken hab ich jetzt direkt. Kann er mal einpacken. So. Und jetzt geht's erst mal ab zur Schule. Und dann sehen wir uns nachher wieder. Ich bin jetzt zu Hause angekommen. Ich kam und so in mein Zimmer rein, ne? Guck mal, hier einfach. Ey, sieht schon cool aus, oder? Das hat Mama mir einfach geholt irgendwie. Ich hab das erstmal jetzt hierhin dann gemacht. Das ist so eine LED-Leiste oder so. Sieht schon cool aus. Hier ist das. Na, keine Ahnung, so heißt das. Ist eigentlich für ein Monitor, aber mein Monitor ist zu klein. Das ist irgendwie, das ist 90 Zentimeter. Mein Monitor ist da ein bisschen zu klein für. Und das hat meine Mutter von Action geholt. Und ich kam ja aus der Schule. Und ich hab einfach die Chemie-Tests wiederbekommen. Ich hab dann, äh, nee, warte mal nicht für die. Ich hab Latell-Vokabeltest wiederbekommen, 3+. Und in Bio haben wir einen Vortrag gehalten. Wow, der ging so, ne? Bisschen Free-Story gewesen, aber hat sich passt das so. Na? Na, meine Frage? Ja? Hast du nicht eine Morgenroutine gemacht? Ja, aber ich mach jetzt kurz weiter. Ist der Morgen jetzt zu Ende um halb zwei? Ja, für mich ist immer noch morgens. Top. Es ist halb zwei. Normalerweise stehe ich um halb zwei ungefähr erst auf. Ja, nee, dann ist auch alles gut. Was gibt's jetzt zu essen? Was ist da? Was ist das? Ja, lecker, lecker ist das. Das ist leckeres Essen. Das sieht geil aus. Wie bei Oma und Opa, ne? Oder? Safe. Was sagst du dazu? Ich hab Latein-3-Plus-Vokabeltest. Nice. Und ich hab Bio... Hast du das Leben bei dir? Hä? Oh, ein bisschen weiter hoch. Ja, eben du hast so gezahlt. Ja, egal. Was sagst du dazu? Ich finde es super. Latein-Vokabeltest super. Nee, aber Arbeit 6. Mama, das schmeckt gar nicht. Dieses Wasser, das wirf ich trinken. Also, probier du mal. Nee, das ist so komisch. Nein. Probier jetzt. Nein. Schmeckt nicht? Obwohl ich Wassermelone mag, aber... Das ist die künstliche Wassermelone. Das ist für dich alles. Das macht was schon jetzt. Ey, scheiße. Alles einfach. Hast du dein Lebensmittel verschwendet? Das hat sich selbst weg. Also, was gibt's jetzt zu essen hierzu? Ja, das steht doch alles auf dem Hotel. Du brauchst Ketchup. Ja, okay. Junge, setz dich. Okay, sorry. Ich werde jetzt erst mit meinem Rucksack auspacken. Das gehört auch noch zur Mauerroutine. Natürlich mit dazu. Ja, ja, mache ich. Hier mein Rucksack. Was hatte ich heute alles? Ich hatte nicht mal Geografie. Warum hab ich mein Geobuch dabei gehabt? Ja, egal. So. Dann habe ich alles wieder da, wo ich es heute Morgen gepackt habe. Hier sind einfach meine Karteikarten noch vom Bio-Vortrag. Wir hatten einen Bio-Vortrag gehalten über Heilung von Erbkrankheiten oder so. Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt essen gehen. Danach werde ich abwaschen natürlich. Self-abwaschen. Ich kontrolliere dich, ne? Kamera läuft. Wer glaubt es dir? Schreibt mal in die Kommentare, was denkt ihr? Wer ist der Afer oder nicht? Schreibt mal rein, ob ich den Afer mache oder nicht. Ich werde ihn natürlich machen. Und dann bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao. Ciao, Kakao. Ciao. Ciao. Vielen Dank.